Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge wieder auf meinem Kanal, Darksys LP, wie ihr schon kennt. Und ich habe Speed irgendwie, keine Ahnung, wie ich den bekommen habe jetzt. Ich will euch hier mal ein bisschen PvP vorführen. Bis jetzt habt ihr meine anderen Videos, glaube ich, schon gesehen. Auf dem anderen Channel Darksys LP, da war Darksys groß geschrieben, jetzt ist er klein geschrieben. Und es geht schon los, wir spielen die Map. Ah, keine Ahnung, irgendwas komisches. So, Schwerter, nehmen wir mal das klassische Eisenschwert und einen unendlichen Bogen. Und ich glaube, wir werden echt richtig losen. Und ich nehme mal eine ganz normale Goldrüstung. So, dann drücke ich mal den Knopf. Okay, es sollte eigentlich gleich losgehen. Oh, jetzt geht's los. Ich trinke mal den Trank der Schnelligkeit. Dann bin ich schnell. Wie der Name schon sagt. Ich warte einfach vielleicht ein bisschen, wenn niemand auf mich zukommt. Wenn ich dann halt, wenn die anderen halt gefistet werden oder so einen Scheiß. Aua. Aua. Nein. Nein. Sterben muss ich sowieso. Trotzdem esse ich Haribo. Du wirst sterben. Für immer. Ah, das ist eigentlich ganz cool. Das hier. Die Map. Schreibt sie hier nicht, ein Treffer peinlich. Ähm. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich warten, bis alle gefistet waren. Aber nee, so schnell geht das glaube ich dann nicht. Passt. Schon. Ja. Eigentlich ganz nette Leute hier, glaube ich. Nehmen wir ja mal die altmodische Waffe. Ich hasse dich. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Oh, das ist ein Junge, der sich voll geil findet oder sowas. Ja. Ich glaube, wir wollten schon mal sowas ähnliches wie Witze-Witze-Challenge-Machen. Aua. Nein. Okay, wenigstens ein bisschen Gehalt. Gehalt. Ist er hinter mir? Ja, er ist hinter mir. Und dann drehe ich mich um. Wer hat irgendwie Schnelligkeit oder so'n Scheiß. Hat er aber nicht. So, ein bisschen Ring. Dann sollte die Runde vielleicht, äh... uns gehören. Hoffe ich jedenfalls. So. Nein! Das gibt's doch nicht. Starhawk. Die Sau. Hat uns geschnitzelt. So. Alles mit der Ruhe nehmen wir. Wir nehmen auch alles mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, wie man auch immer so schön sagt. Dank der Schnelligkeit. Ähm, so. So. Ich werd die Runde ficken und zwar ins Loch. Okay. Oh, das Telefon klingelt gerade. So. Müsste gleich losgehen. Sehen. Jedenfalls sieht die nett und so. Alles blendend. Oha. Okay. Jetzt reicht's. Und jetzt sollte dieser Starhawk wenigstens einmal verlieren. Oh, endlich mal. Okay, jetzt sind schon nur noch drei. Dieser eine, der andere und ich. Sind die eigentlich nicht immer? Nö. Okay, jetzt nur noch Starhawk MC. Scheiße, das wird schon wieder so richtig asozial. Glaub ich. Schießt er da einfach Pfeile. Nein. Sicherlich nicht. Wo ist er? Ja. Ja, nee. Oh, Mann. Nein. Das gibt's doch nicht. Okay, Leute. Ihr habt gesehen. Ich bin ein schlechter Junge. Ein sehr schlechter Junge. Fühlt sich das gut an. Hab ich eigentlich schon Rüstung? Keine Rüstung. YOLO. Nee. Nee. Wartet. Wartet. Hier ist er. So. Die sind echt geil. So stimmt. Ich hab Erfahrung. Yeah. Schade, ich kann die weiße Wolle nicht setzen. Kann ich sie? Nee, kann ich nicht. So, und jetzt muss ich, glaube ich, mal ein paar wegschnetzeln. Weil ich glaube nicht so, dass das zum Vorteil von uns wäre, wenn Starhawk MC oder so gewinnt halt. Jetzt hab ich einfach meine beste Rüstung genommen. Ja. Ja, Mann. Ja. Ja. Ich würde das echt feiern, wenn ich jetzt gewinnen würde. Aua. Aua. Ich werde mich zurückziehen müssen. Auf meine Festung. Paul, der und Jona. Aua. Nein. Das gibt sich. Wuuu. Alter. What the fuck? What the fuck? Okay. Wir sind. Okay. Komm. Hm. Wir können uns das auch gar nicht gut einteilen und so, aber. Hauptsache. Alles wird gut. Und Starhawk MC gewinnt die Runde nicht. Starhawk, wenn du die Runde siehst. Peace. Peace. Will always want you. Okay. Entschuldigung. Ich bin so ein bisschen im Stimmbruch und so. Und das ist nicht so geil. Neun. Irgendwer wird von Starhawk MC genagelt oder so. Und ich krieg's ab. Das wär eine Schande. Okay. Ich glaub, Paul, der und Jona. Muss man jetzt hier ein bisschen zeigen, wer der Baba ist. Ich hätte jetzt geweint, wenn er gewonnen hätte. Ich hätte geweint. So. Danke. Du. Auch. Er hat schlecht gemacht. Okay. Angel nehm ich mal so. Bin nicht gut so im Benutzen von Angel und irgend so'n Scheiß. Brauch ich nicht. Hauptsache ich hab ne Waffe. Im Gegensatz zu anderen Leuten sind die nett. Ich hab vor kurzem jetzt grad eben so mal auf dem Server gespielt und so. Und die beleidigen immer einen, wenn man so Team macht und so'n Scheiß. Halt. Ich weiß, das kann ich verstehen, dass ein paar Leute angepisst sind oder das ärgert. Aber. Ja. Man soll's. Nein. Das gibt's. Nicht. Nicht. Nein. 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 Okay. Starhawk. Bruder, du bist gut. Du bist ein sehr guter Junge. Du bist echt ein sehr guter Junge. Obwohl ich zu bezweifeln hab, dass du irgendwie Aimbot oder sowas drin hast. Ja. Ich nehm mal jetzt mein letztes Eisenschwert zur Verteidigung. So. Ein Drang der Heilung zum Trinken. Was. Nicht so gut ist. Ja. Was soll man da sagen. Ich werd vielleicht jetzt öfters mal Folgen machen, wo ich so PvP hauptsächlich mach. Jetzt hab ich schon wieder diese kackbraune Wolle, schwarze Wolle. Und ich weiß jetzt schon, dass die sterben werden. Aber ich will euch halt so ein paar Sachen vorführen und so. Und vielleicht interessiert's euch ja. Ja. So verschiedene Server. Ich hab, muss euch auch sagen, ich hab einen RealM-Server. Und wer da hinzukommen will, wer halt auf den RealM-Server kommen will, zum Beispiel den Zuschauer oder so, der muss das dann einfach in die Comments schreiben. Seinen Nutzernamen auf Minecraft natürlich. Und dann füge ich ihn hinzu. Ja. Okay, Starhawk gewinnt. Ja, Starhawk hat gewonnen. Äh, zweiter Platz bin ich geworden. Hm, okay. Aber, äh, Paul, der und Jon hat genauso, hat viele Kills, aber nicht so viel wie, halt, äh, Starhawk-MC. Ja, und ich wollte euch jetzt sagen, ihr müsst dann einfach in die Comments unten euren Benutzernamen schreiben. Äh, von Minecraft, wie schon gesagt. Und dann füge ich euch hinzu. Aber bitte. Das ist mein Server, okay. Aber bitte behandelt ihn Server, als wär's eurer Server, okay. Und bitte, bitte, schrottet ihn nicht. Äh, ihr werdet, folgt allen Regeln und nix wird euch passieren. Ich werd das auch sehen, wenn irgendjemand was kaputt macht. Ja, und ich würd's mich auch freuen. Da kann man auch so ein PvP-Battle machen, wer auch immer will. Der kann auch mit mir skypen und, ja, der kann auch vielleicht eine Folge mit mir machen. Es hat mich gefreut, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da, abonniert mich, wenn's euch. Wenn euch das Video und überhaupt mein Kanal gefällt. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.